Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. Gleich die Meldungen des Tages unter anderem Sucht der Landkreis Oder-Spree-Unterkünfte. Welche es genau sind, das erfahren Sie in wenigen Augenblicken. Aber im Programm gibt es dann auch noch Kino News TV, also das Neueste, was auf der Leinwand in unserer Region zu sehen ist. Natürlich viele interessante und abwechslungsreiche Filme sind ja dabei. Wir machen jetzt weiter und zwar mit den Meldungen des Tages.